Clara geht gerne einkaufen und möchte dabei lokale Händler und Dienstleister unterstützen. Sie will auch gerne belohnt werden, wenn sie einkaufen geht. Aber gibt es überhaupt ein Rabattsystem, das auch kleine Unternehmen berücksichtigt und bei dem Clara am Ende nicht viele verschiedene Kundenkarten benötigt? Durch eine Freundin entdeckt sie Weconomy. Sie meldet sich im Internet an, einfach per Klick auf den Link, den ihr die Freundin per Mail zugesandt hat. Kurzerhand lädt sie sich die We-App herunter und erhält sofort einen Überblick, welche We-Partner es in ihrer Region bereits gibt. Bei diesen kann Clara ab sofort bei ihren täglichen Einkäufen und Besorgungen, egal ob beim Metzger oder Friseur, einen Rabatt in Form von Wees sammeln. Und im Gegensatz zu gewöhnlichen Prämien-Systemen kann Clara sich ihre Wees jederzeit auf ihr Konto auszahlen oder als Anlage in Gold umwandeln lassen. Um die Weconomy zu vergrößern, kann Clara über die WeKiss-Funktion ganz einfach ihre Freunde einladen. Das Beste daran, je mehr Freunde sie in der WeWorld hat, umso größer wird ihr persönlicher We-Bestand, da sie an den Einkäufen ihrer Freunde mitverdient. Das Beste daran, dass sie an den Einkäufen und Geschwindigkeit befinden, wenn sie an den Einkäuern haben, der sie an den Einkäuern mit einem E-Bestand der Spektikal wird, Vielen Dank.